Welcome back to the moon. Ja, auch von mir. Ey, reine mir nicht rein. Ich weiß nicht, du warst fertig. Nein. Du hast doch sonst auch nichts zu sagen. Alter, Alter. So, hast du jetzt davon. Das hat mir ein broken Tin-Ohr. Ich hab mir einen Nagel einfach erbrochen. Scheiße, Alter. Warte, ich hab ein paar Nägel für dich. Nein. Jetzt wenn ich einfach die Rohstoffe Was soll ich hier gerade achten? Tyrion. Ich dachte gerade, ja. Game of Thrones. Was? Tyrion? Ja. Okay. Gut. Wir haben was zu tun. Wir haben was zu tun, ja. Ja. Willst du das Problem erläutern? Nicht läutern, sondern erläutern. Ich könnte das Problem, ich brauche das Problem, glaube ich, nicht läutern. Ich kann das Problem auch einfach zeigen. Ja. Was nämlich in den letzten zwei Minuten passiert ist, nachdem wir hier das wieder weggeräumt haben. Aber ich glaube, es löst sich jetzt schon fast von alleine. Ja. Wir haben nämlich mal wieder was, wir sind hier nämlich einmal kurz runtergegangen, wollten mal so gucken. Und, ja. Es war voll. Also hier war voll. Der hat hier die Items ausgespuckt, als wenn er, keine Ahnung, rückwärts essen hoch drei. Ja, also Mundstuhl. Genau. Ich tue das jetzt mal hier einfach alles in diese Kiste rein. Not my job. Ja. Also einfach müsste man hier die Fässerwand ein bisschen, ja, dicker machen. Ja. Zu meiner Baustelle? Ja, warte mal. Für deine Baustelle habe ich was. Ja. Was man ja noch gar nicht weiß. Also man sieht es ja jetzt, da kommen wir so um eine Ecke geflogen. Au, au, ah. Die Dinger tun weh, wenn sie ausgewachsen sind. Ja, sie sind ausgewachsen. Beziehungsweise jede Stufe tut weh, außer die ersten beiden, glaube ich. Ja. So. Die konnte ich einfach so abreißen, soweit ich. Ja. Das war, glaube ich, so. Wuhu. Enderperlenregen. Hui. Also die Dinger, für die bitte auch ein Feld. Ja, da machen wir auch ein Feld. Wir haben fünfeinhalb Stacks bisher. Enderperlen. Ja. Ja, das ist doch nice. Und wenn du Sand brauchst, ist das hier in der Eisenschest. Warte, ich bring die mal woanders hin. Wofür bräuchte ich Sand? Weiß ich nicht. Ach so. Ja, doch, brauche ich, brauche ich, brauche ich. Hier. Direkt hinterm Eingang, da bei den Holzfässern, ist hier so eine Eisenschest. Ja. Da ist Sand. Ah, wunderbar. Ich könnte meine Rohstoffe mal wieder nehmen. Ich tue die anderen mal einfach. Gut. Nee, warte. Also das Zeug hier läuft im Prinzip, das Ding ist nur, das vierte Sieb, beziehungsweise eigentlich ist es das dritte in der Reihenfolge, das können wir momentan nicht mit anschließen, weil dann der Hämmerer hier nicht hinterherkommt und im Prinzip alles zugestopft wird innerhalb von einer Nacht. Und das ist dann doch ein bisschen schade, weil, naja, wir haben die Energie mehr oder weniger, also wir könnten da doppelt so viele Siebe anschließen, nur der Hämmerer käme halt nicht hinterher, also brauchen wir mehr Hämmerer. Oh, genau. Und wir haben ja auch Energie, deswegen, das haben wir ja beim letzten Mal schon angefangen, die Felder mit Energie zu versorgen, beziehungsweise der Plan war es, sie mit Energie zu versorgen. Wir hatten ja noch nicht genug Kabel. Ja, ja, kümmere ich mich auch noch gleich drum. Allerdings kannst du erst mal ins Questbuch gucken. Ich kann ins Questbuch gucken, ja. Kann ich tun. So, wir haben... So, ich habe erst mal wieder auf Multiple Rewards gestellt, das mussten wir jetzt nach dem Update, ne, wieder. Musst du das eigentlich hier auch nochmal, oder? Ich glaube, das ist insgesamt, dass ich das jetzt auch für dich umgestellt habe. Guck mal nach. Reward, Multiplayer, ja, ja. Gut. Ach ja, wir haben ein Update gemacht. Mensch, wir vergessen heute alles. Ja, ja, genau. 1.5.8. 1.5.8 haben wir hier. Das ist die aktuelle Version, da hast du recht. Bei Why Do All The Work. Du hast beim letzten Mal ein AF-Engine gemacht. Das heißt, wir können jetzt eine AF-Engine claimen. Ja, ich claim die mal. Ja, ich auch. Und... Dann haben wir ja schon mal zwei mehr. Ich hatte Ender-Kundurls gemacht. Das heißt, wir bekommen... Ender-Energy-Kundurls und wir können uns aussuchen, ob wir fünf Item-Kundurl-Speed-Upgrades, Basic-Filter oder einen Advanced-Filter haben wollen. Ich möchte fünf Basic-Filter und ich möchte, dass du das auch nimmst. Fünf Basic-Item-Filter? Ja, genau. Die werde ich noch brauchen. Geclaimed. Ich habe Hunger. Ah, hier sind Brote. Ja, ich bin unterwegs. Ich kümmere mich drum. Ja, dafür bekommst du auch was für mich. Äh, von mir, so rum. Hier. Fang. Nein, 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 nein. Flupp. Ha. Ich habe sie gefangen. Das war gut. Moment. Hier, fang. Äh, hier, fang. Juhu. Ja, die... Mach die gar nicht stacken. Gut. Kondurls sind wir eigentlich... Oh, warte mal, das sind ja die Kondurls. Das sind die guten Kondurls. Warte mal, die haben den Wert... Selbstverständlich. Die haben den Wert von 10 genommen. Heilige Scheiße. Haben die da noch mehr geändert? Kon... Mal gucken. Ein wenig. Okay. Möchtest du eigentlich, ähm... Ja. Kabel auch bauen, dass wir hier, dass die Energie hier auch herkommt? Ja, das kommt als nächstes. Ich muss jetzt nur noch einen weiteren Alloy Smelter bauen. Smelter. Genauso muss das auch gesprochen werden. Smelter. Mach's mir nah. Da. Ah, wir haben ja noch Maschinen. Smelter. Ah, ah. Was war das? Was? Was war was? Ich war gerade hier in so einem Block gestackt. Gestackt. Wie ein Stacker. Ja, einfach so drin. So. Okay. War sehr uncool. Ich bin hier einfach nur in Gang unten lang gegangen, wo wir das Kabel verlegen wollen. Das ist ungewöhnlich. Etwas. Äh, du müsstest übrigens noch was von dem Energetic Alloy Inventar haben. Nein. Nicht? Komisch. Eigentlich ja. Wie sah das aus? Ähm, orange. Orange. Ja. Flamange. Nein, ich hab das nicht. Wo, wo soll ich das her haben? Ähm, von mir. Wenn ich das zufälligerweise aus der letzten Folge habe, dann hab ich das in irgendeine Kiste eben gepackt, als wir ganz schnell die Sachen auch sammeln mussten. Okay. Dann schaue ich mich mal um. Ansonsten stelle ich davon gerade mehr her. Ah, hier sind 18. 18 sollten ausreichen, wenn ich jetzt... Ah, hier. Die anderen wieder finde. Guck mal, das dürfte eigentlich auch schon ausreichen. Wuhu, also hier lang, da lang. Wuhu, hört sich immer gut an. Hm? Was hört sich immer gut an? Wuhu. Ja. Generell erstmal schon. Wir müssen übrigens unseren Energiespeicher nochmal ein bisschen mehr ausbauen. Dachte ich mir so. Weil wir es können. Ja. Das, äh, das können wir machen. Hier lang, okay. Also. La 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 la. Gut, also bis zu den Enderpären hatte ich nur die Hälfte an Carbon verbraucht. Hoppala. Cool, der verbindet nicht. Warum? Will ich? Weil das nicht drin ist. Ja, perfekt. War da keine RF-Dings drin, oder was? Ja, das war nicht im Kohle-Slot. Achso. Ah, weil ich noch Kohle drin hatte. Jo, läuft, 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 läuft. Gut, jetzt müssen, äh, müsstest du da jetzt nur noch einstellen, dass man da das ganze gedöhnt mit Host versorgen kann. Das kannst du mit den Item-Konduits machen, also auch die von Ender.io, weil du kannst die über den gleichen Block entlang führen. Also die Kabel nehmen, also die Kabel nehmen gegenseitig keinen Platz weg. Ah, okay. Darum finde ich die saugeil. Das ist wirklich saugeil. Oder mit anderen Worten, supergeil. Oh, erst mal zu Edeka. Und da hinten alles drin. Das habe ich nicht gesagt. Ich brauche auch noch ein paar von diesen, äh, äh, Item-Dingsbumschen da. Ist beim Edeka nicht wieder Framstag oder sowas? Hä? War das nicht Penny? War das nicht Lidl? Anscheinend war es schlechte Werbung. Nein, Lidl war das mit der Überwachung. Nein, das war Primark. Nein, du weißt doch noch vor ein paar Jahren das mit dem, ähm, mit dem Überwachungsgedöns da bei Lidl. Ähm, ehrlich gesagt, nein. Was? Das war voll groß in den Medien. Guckst du keine Medien? Ähm, nein, ich höre sie nur. Übrigens haben wir so ein bisschen Diamanten und Emeralds, ne? Also, äh, Diamanten, äh, 35 Stacks, Emeralds, ja, 28,5. Glaubst du, das reicht? Äh, ich auch. Ich stelle jetzt mal so ein paar, ähm, Hämmerer her. Ah, dafür brauche ich mehr Platz. Und da wird nochmal das komplette Siebesystem etwas überarbeitet, dass das hoffentlich etwas schicker ist. Und hoffentlich auch etwas besser auszubauen. Äh, vier Hämmerer. Wird das wohl reichen? Hm, das ist jetzt die Frage. Hier brauchen wir mindestens einen mehr. Ach, machen wir einfach noch ein paar mehr. Das ist ja... Hatte ich da nicht mehr von? Hatten wir nicht mehr Endstone? Äh, ja, der ist noch im Fass. Der ist aus dem Fass, hab ich. Dann hatten wir nicht mehr. Aber den kannst du auch herstellen. Aber warte mal, ich könnte ja erstmal das hier hinten noch nehmen. Und dann... Na super, alles voll. Ach, hier ist ja eine Kiste, wie praktisch. Kann das hier rein, das hier rein, das, das... Wir hatten doch noch anderen Endstone, der sich nicht gesteckt hat, mit dem in der Kiste. Ja, genau. Aber den konnte man fürs Anpflanzen nicht verwenden. Nicht verwenden? Ja. Endstone stellst du her, indem du so ein Steinfass mit Lava nimmst. Weißt du, wie ich für die Obsidian-Gedönsproduktion verwende, ne? Und das, ähm, Steinfass mit Lava, also das füllst du da mit Lava, und da machst du Rechtsklick mit Glowstone drauf. Und dann wird die Lava da drinnen zu Endstone. Also, wie du siehst, voll kompliziert. Ja. Hast du noch von diesen, äh, Enhanced Energy Conduits genug? Ähm, es wird gerade noch mehr produziert. Also, sei verschwenderisch. Wir können es uns wirklich... Also, wir können es uns echt leisten. Ja. Ähm, mein Gedanke war jetzt erstmal, dass ich hier... Stecken die sich? Ja. Äh, was? Was? Ähm. Ups. Was hast du jetzt... Was hast du getan? Ähm, hier. Siehst du das in meiner Hand? Ist das ein Anvil? What the fuck? Ähm. What? Ja. Wir können es doch wieder, wir können es doch wieder klein machen, oder? Ja, theoretisch schon, nur wäre es nicht voll geil, eine Rohstoffproduktion zu haben, die wirklich so viele Hämmerer braucht? Das war's für ein Livestream, glaube ich, ne? Also... Ist das... Oh, verdammt, da verschlucke ich mich sogar. Boah. Äh, die... Dass sie hier mir abkratzt. Ja, bin kurz davor. Ähm. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen... Oh! Ne, sag du. Machen wir das in der nächsten Folge? Richtig. Machen wir das in der nächsten Folge, denn... Tschau. Tschüss, Siekowski. Machen wir das in der nächsten Folge. Tschüss, Siekowski. Macht sie, es ist doch eins. eningeier mit den Hрист für Böke, kommt man die Möglichkeit.